Na gut. Ein letzter Tanz, bevor wir uns hier zu Fuß durch quer das Straßenfest bewegen und zu Pinna 1 gelangen. Dort haben wir nämlich Auftritt von halb 5 bis fast 18 Uhr. Dort können wir besser tanzen, da rutschen wir etwas weniger. Der letzte Tanz heißt, der rutschende Tanz, so die Streifen, der sagte, ich rutsche, du rutschen, rutschen wir zusammen. Also rutschen Sie doch mal mit. Aber wissen Sie, wann die Calabrese überhaupt, denn die Südkirche ja gut Taratella tanzen? Weil ich Sie verraten, ich bin ja ein Profi in dieser Hinsicht, ich habe ja auch noch eine Körergruppe. Wenn Sie da unten mittanzen, müssen Sie mitklatschen. Die lauter Sie klatschen, desto schneller tanzen die Hubs. Wollen wir Sie anfeuern zusammen? Bernardo, hilfst Sie mir dabei. Auf, alle zusammen mitgehen, jetzt laufgeklatscht. Aber jetzt ist der Gordler. Läure Batorremane. Dich Sie? Ja, ich bin ja, tra. Ja. Bernardo, ich war so schwer zu sagen, was ich zu hören. Ich konnte so sagen, hätten sie ein Bengen. Ich bin und habe bett. Ich habe geschaut eine Körergruppe, ich bin ja man ihn mitgevendiert. Ich bin ja, ich bin ja im Moment. Hey! 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018